Also wenn wir einen Portal finden, brauchen wir natürlich auch noch ein Artefakt dafür. Die Frage ist halt, woher nehmen und nicht stehen. Hallo! Mhm, da ist ein Item. Das nehme ich kurz mit. Yay! Ich habe ein Item. 600 Gehiel. Immerhin. Was ist jetzt hier los? Da ist was. Mysteriöses Artefakt. Jetzt müssen wir noch das Portal dazu finden. Ich habe keine Ahnung. Aus der Richtung der Berge. Also dahin, wo wir ursprünglich schon mal lang gehen wollten. Na dann, na? Einfach mal gucken. Kann sich ja nur um Stunden handeln und so. Da hätten wir theoretisch einen Chocobo. Da würden wir nicht attackiert werden. Dann machen wir das doch mal, oder? Hey! Ich finde Chocobo ist immer noch toll. Es läuft auch sehr gemütlich für einen Chocobo, ne? Normalerweise könnt ihr ja kennen wie sonst was. Auch wenn ihr schon mal bessere Chocobo-Musik gehört habt. Aber so insgesamt, ja. Kann man machen, ne? So, hier ist eine Absperrung. Das heißt, da komme ich nicht durch. Da oben ist jemand. Da komme ich auch nicht hoch. Hm. Gleich hier rüber? Ne. Na gut, dann nicht. Aha! Guck mal, da ist ein Portal. Gucke ich mir gleich... Ist das das Portal, wo ich hergekommen bin? Ja, ne? Ich glaube. Was haben wir da unten noch? Hm. Da! Aha! Hier hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass hier dann... zumindest in einer anderen Version der Welt dann die... die... die Armanduhr liegt. Aber ohne gut. Irgendwie sind wir nebenher. Ist auch echt nicht so spannend. Ne? Muss man ja mal sagen. No, we can change the future, can't we? We can, and we will. Then we can go back to homes that we've made safe. Lightning. Thanks to Hope. I can see light at the end of the tunnel. He told us that if we solve the paradox, we can save the future. Meanwhile, in his own way, and in his own time, Hope is working toward the same goal. Together, we can keep Cocoon safe. And if we do, then I know, I'll be able to bring you home. I believe this with all my heart. I believe what? I believe it! Just never invade. You're... You are... How many times must I see this? Hmm. Neuzeitpartei geöffnet. Gesperrter Ort. Yay. Sphäre des Jenseits. Ich hab keine Ahnung, wo das genau ist. Aha. Wird schon. Was auch immer das ist, wird schon. Das ist Ja, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Yay. Das ist jetzt gut. Ich hab keine Ahnung. Eigentlich wurde ich mal so langsam wieder zum Gemüse vor dem Kaiser, aber das kann ich glaube ich im Moment knicken. Ich glaube, wenn wir nicht die Paradox, dann wird dieses Ort in Limbo bleiben. Es sieht nicht aus, dass es keine anderen Garten gibt. Geh zurück zur Geschichte der Krüche, Kubo. Ja, Mark ist richtig. Wir sollten zurückziehen. Kubo? Gesperrter Ort. Oh, Platz der Versuchung. Hm. Ein Müns geprong. Na gut. Dann ist hier jetzt wohl nix so spannendes Also noch nicht Gucken wir später nochmal wieder Ich weiß doch nicht wann diese später eintreffen soll, aber wir kommen später nochmal wieder So Okay, wir kommen jetzt hier zurück in die anderen Dinger Was ist das hier? Das ist ja jetzt das andere Portal das wir jetzt hier nehmen Vielleicht Eventuell Irgendwie weiß ich, keine Ahnung Zeitreisen sind so kompliziert manchmal Mal Ist das wo ich denke? Was? Du meinst Valhalla? Können Lightning hier sein? Nein, etwas anderes Das ist nicht Valhalla Es sieht, wie es ist sicher, aber es ist nicht das gleiche Kupul Das ist der Rest zwischen Gait und Gait Das ist der Void beyond Kupul Also, du sagst, dass wir verloren sind? Kupul 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 M livelihoods Kupuli Kupul 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 Kau Kapulul Halb聲 Kupul Kupulul Hm. Komme ich da denn wirklich irgendwie lang? Ich habe keine Ahnung. Da ist noch eine alte. Nehmen wir mit. Karte Sphäre des Jenseits. Da kommen wir nicht durch. Und hier hinten denke ich auch nicht, dass ich da großartig durchkomme, oder? Also hier ist alles verschüttet. Wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich nicht runter, ne? Müssen wir jetzt ernsthaft wieder zurück gehen? Sind das immer für Sackgassenportale hier? Nehmen wir ernst, das geht doch nicht. Na gut. Das muss, das muss. Gehen wir durch den Zeitspalt. So, was? Wähle ein neues Reiseziel in Konosphäre. Die Symbole unter den Ortsnamen zeigen an, wie viele Zeitportale in der jeweiligen Raumzeit existieren. Die Farbe der Symbole gibt an, ob das entsprechende Portal aktiv oder inaktiv ist. Rechts darunter wird die Anzahl der in der Raumzeit gefundenen und insgesamt dort vorhandenen Fragmente angezeigt. Fragmente erhält man bei besonderen Ereignissen oder erfüllte Missionen. Indem man inaktive Portale öffnet, werden neue Raumzeiten zugänglich. Wenn du bei deinen Zeitreisen nicht mehr weiterkommst, lohnt es sich, nach ungeöffneten Zeitportalen zu suchen. Okay. Na ja, beispielsweise hier gibt es noch ein zweites Portal. Hier haben wir alle, hier haben wir alle, da gäbe es quasi noch eins. Ja gut, aber wir können ja erstmal hier noch ein Stückchen weitergehen. Jaja. Den Herrn von und zu Gemüse-Pudding bitte mal erledigen, das wäre voll Tüfte. Aber richtig Tüfte. Aber mal schauen. Irgendwann müssen wir uns vielleicht wieder so ein bisschen skillen, das wäre vielleicht nicht so verkehrt. So. Crystarium. Wie viele Punkte haben wir denn schon wieder? Ja. Ja, ein bisschen was. Na ja, man kann ja zufrieden sein mit dem, was man hier so ein bisschen wieder bekommt. Okay. Das war das. Dann du hier, kannst ruhig nochmal ein bisschen Brecher skillen. So, mehr geht nicht. Aber ich reite auch einmal wieder von Anfang. So, dann... Den Highlight ich gerne. Ein Stückchen. Crystarium, mal weiter. Heiler-Bonus oder ATB-Balken? Verstärken. Verstärken, ja. Monster-Komponenten-Qualität aufgestuft. Ja, super. Ist das jetzt gut? Ich hab keine Ahnung. Erstmal heilen wir unseren... äh, skillen wir unseren Heiler für mehr Gedöns. In der Hoffnung, er hält mehr aus. Und er hält auch etwas mehr. Das wäre richtig dürfte. So. Dann... haben wir das jetzt erstmal. Glaube ich. Hoffe ich. Ich hab keine Ahnung. Dann versuchen wir das jetzt nochmal. Wir können ja nochmal speichern. Ähm. Wir können hier nicht speichern. Kann ich hier speichern? Hier kann ich speichern. Na, bevor ich da jetzt hier irgendwie... in den Kampf reingehe. Und aus irgendeinem Grund dann noch alles abstürzt. Oder ähnliches. Man weiß ja nicht. Obwohl bisher ist nicht abgestürzt, das Spiel. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was plötzlich so ein Spiel macht. Na? Und jetzt... versuchen wir mal Snow zu retten. Irgendwie. Hallo? Muss ich nicht da lang? Ich bin verwirrt. Ach, da hinten. Waren wir quasi schon fast da. Nur nicht... Oh Gott, das ist ja riesig. Ähm. Und nur durch die Kamera in die richtige Richtung gedreht. So. Das Baumplatteau. So. Wir wollen Fertigkeiten. Ero ganz viel einsetzen. Weil das ist ja sehr effektiv. Hab ich gehört. Vielleicht sollten wir hier nochmal ein Analyse-Dings benutzen. Damit der... Damit es selber auch von selber weiß, was hier ganz gut ist. Ne? Weil derzeit wird es noch nicht wirklich angezeigt. Gehirnstände. Analysator. So was können wir tatsächlich mal hin und wieder kaufen. Sturmschneise funktioniert also auch, ja? Na dann. Weil bei Sturmschneise hätte ich jetzt eigentlich eher gedacht, dass das eine Art... Äh... Eisattacke ist oder sowas. Aber wir machen immer noch so gut wie gar keinen Schaden, hab ich das Gefühl. Dass der ist immer noch ein bisschen weg halt. Ich mein, der ist schon... Schon mehr geboren. Definitiv. Aber halt jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott. Ne? Crash. Katzenwatsche. Glaub ich schaff's. Glaub ich schaff's. Irgendwann. Nur eine Frage an der Zeit. So gleich Schockzustand erreicht. So. Auf weh mit Gebrüll. Glaub ich schaff's. 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 Irgendwie. Hoffe ich. Füll dich mir ein. Ich weiß auch nicht. Aktionsmodus. Des Todes. Des Todes. Aha. So. Schon immer so eine Art... Möchte gern Angeber gewesen. Aber bei ihm hab ich nicht so das Gefühl gehabt, dass er richtig angebt. Ist halt ein Großbaum. So ein bisschen. Aber ist okay. Bei ihm ist das wirklich mal okay. So. Ah siehste. Sieht jetzt schon bei der ersten Schockphase wesentlich besser aus als damals. Aber wesentlich wesentlich. Na jetzt schon halb tot. Dann müssen wir jetzt das ganze halt nur noch einmal in die Höhe treiben. Und dann... müsste er eigentlich sterben dadurch. Hoffe ich. Glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Den Blutungsschaden macht er glaube ich kurz vor... Tod. Hoffe ich. Und dann mal gucken. Ja mach du deine Rückseite. Ist okay. Macht er nix. Außer das übliche. Der Heiler heilt das alles schon weg. Nehmen wir unseren theoretischen Superheiler. Der zwar immer umfällt. Aber theoretisch ist er ein Superheiler. So. Gleich ist die Schockleiste wieder voll. Und dann können wir nochmal ordentlich raufdreschen. Dann müsste er auch schon tot sein. Na also besser als noch beim letzten Mal. Wesentlich besser. So. Vernichte ihn. In scheiß Gemüse Pudding. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das hat noch viel zu viel HP. Das muss weniger sein. Kleber Terror. Christopheles. Wenn man bedenkt wie knapp es eigentlich noch beim letzten Mal war. Ne. Ja. Wir hatten ihn beim letzten Mal schon fast besiegt. Nach einer halben Stunde. Aber wir hatten ihn fast besiegt. Und jetzt besiegen wir ihn wirklich. Siehste sag ich doch. Aktionsmodus. Oh Gott. Ja. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Okay. So viel auf einmal. Ich bin nicht für Quick Time Events gemacht. Ich würde sagen. Der Gemüse Pudding fliegt. Und wir haben sogar 5 Sterne erhalten. Oh Gott. Wow. Ein Herzkristall und ein Schaulerkristall. Na immerhin. Oh Gott. Äh. Jetzt bleibtstem nicht lange dauern auf diesem Planeten. Vielleicht. Manchmal muss man einen Stamm machen. Du bist nicht auf mich. Menschen sind nicht stark. Sie sterben einfach. Einige von uns sind schwerer als andere. In Ordnung, danke für die Hilfe. Hast du ein Name? Puh-Puh. Das ist Snow. Und das ist Snow. Wir sind verabschiedet. Es ist auf dem Moment. Ja. Du wißt du, ich habe nicht erwartet, dass du so ein Hott ist. All ich höre ist, wie ein guter Mann ist, Snow. Und schau mal wo du bist. Alles in der Zukunft. Entschuldigung, wer ist der Hott ist? Was denkst du, dass du Sarah da rauskriegst? Listen, Snow... Puh-Puh! Puh-Puh! Guess was, Lightning? Ich habe Snow wieder gefunden. Er hat nicht ein bisschen verändert. Er ist noch so schrecklich wie immer. Er macht seine eigene Sache. Er hat mir gedacht, dass ich das ganze Zeit schrecklich über ihn habe. Er ist dum. Ich glaube, ich werde nie lernen. Und das ist wie wir hier sind. Puh-Puh! Jetzt ist es dein Geist. Warum hast du auf und verlassen, Sarah? Was machst du hier, in der Zukunft? Du willst wirklich wissen? Ich habe gefragt, nicht? Ich habe nichts. Ich habe mich für die Steine gesehen. Die Schrecklich ist in meinem Leben, auch. Ich muss das glauben. Du hast, die Schrecklich gesehen? Sie sagte mir, dass ich mich den Geist zu schützen. Also habe ich angefangen an die Zeit zu schauen, zu schauen, die Sachen zu schauen. Ich habe das große Wohlbein da hinten wegschlägt. Ich habe die Schrecklich aus dem Geist. Wir haben eben die Flan gewonnen. Die Schrecklich, die ich habe in meinem Zeitpunkt gehört, die Schrecklich wurde durch die Kriege gebreitet. Nun, es gibt mehr als nur eine Ursache. Verstehst du, was er machte, diese Flan? Er schlägt die Krystal der Pillar, ein Stück für ein Stück. Aber Vanille und Fang, sie sind in es. Ja. Also, Cocoon beginnt zu werden, die Menschen fühlen die Trämmen und beginnt zu panikieren. Und dann wissen Sie, alle sind gegen uns. Es ist mit dem, was ich weiß. Äh, wir verarbeiten den Pudding zu Brei. Lebt Lightning noch? Er erschienen die Wirklichkeit? Geht der Vanille und Fang gut? Ich hab keine Ahnung. Äh, ich denke mal, das kann er auch nicht sagen. Äh, wir verarbeiten den Pudding zu Brei. In any case, we have snow in our team. We can do anything, right? I bet we can even beat that giant flag. Hey, Sir. You're coming around my way, I think. Let's do it. Let's turn back and finish that jellybean off once and for all. Okay. No, have you forgotten already? We ran, because it was too strong. No, yeah. None of this makes sense. There are thousands of Flan appearing out of nowhere, and they're fusing and creating a beast that shouldn't exist. Could it be a paradox, Cobble? Nice. We'll need to do some traveling to fix it. Which means you've got to find an artifact first. Lightning, did you meet Snow in his dreams? Is there a reason why you can only talk to us when we sleep? Snow hasn't changed one bit, even though it's been years since I last saw him. He's still as hot-headed as the day we said goodbye. It makes me so mad. But it's a relief too. I've been caught up in the fate of the world for so long. It feels good to worry about the simple stuff. Being with Snow helped me forget about what the future might hold. Kurze Frage am Rande. Warum hat Snow am A noch hier sein Tattoo vom LC-Dasein gedönst? Ich dachte, die sind verschwunden am Ende von Teil 13. Spiel habe ich auch hin und zu tecrüben können, Vielen Dank.